Herzlich willkommen zu einem Video zur Datenerhebung und Auswertung im Forschungsgebiet des technologiegestützten Lernens. Es geht speziell um Forschungsmethoden der Datenerhebung und Auswertung. Dabei ist allgemein wichtig, dass man weiß oder sich vor Augen führt, dass es im Forschungsgebiet des technologiegestützten Lernens drei Forschungszugänge gibt. Und in all diesen drei Forschungszugängen werden eben Datenerhebungsverfahren und Auswertungsverfahren eingesetzt. Bei diesem ersten Zugang, dem Theorie- und Hypothesenprüfenden Ansatz, das ist der klassische Ansatz, hat man typischerweise eine Theorie, also eine Erklärung für einen Sachverhalt, formuliert daraus eine Hypothese und überprüft, ob diese Hypothese in einem spezifischen Kontext auch bestätigt oder eben falsifiziert werden kann. Ein zweites typisches Verfahren, gerade dort, wo man noch nicht richtig weiß, wie Dinge zusammenhängen oder wie sie sich auch strukturieren lassen, sind sogenannte explorative oder erkundende Verfahren. Hier werden Daten erhoben und auch ausgewertet mit der Zielsetzung, erst einmal einen Überblick zu erhalten, wie man spezifische Aussagen in diesem Kontext überhaupt machen kann, also welche Erklärungen man da geben kann und wie man etwas kategorisieren kann. Und dann im dritten Forschungszugang geht es darum, in diesem sehr neuen Feld auch einfach didaktische, neuartige Szenarien und Settings zu entwickeln oder auch Technologien einzusetzen und deren Wirksamkeit zu überprüfen. Und auch hier werden, dazu werden auch Datenerhebungs- und Auswertungsverfahren eingesetzt. Aber diese drei Forschungszugänge sollte man im Hinterkopf behalten. Also wir sind in diesem Themenfeld des technologiegestützten Lernens zwar gut, wenn wir sozialwissenschaftliche Methoden uns anschauen, aber es gibt eben zum Teil auch andere Verfahren, die hier zum Einsatz kommen. Im Rahmen von diesem Video kann ich Ihnen natürlich keinen abschließenden Überblick über alle Datenerhebungs- und Auswertungsverfahren geben, aber ich werde versuchen, eben einige zu benennen und darzustellen, um Ihnen damit einen allgemeinen ersten Einstieg zu geben. Ja, und starten würde ich gerne mit der ganz allgemeinen Frage, was sind eigentlich Daten, die für unsere Forschung von Interesse sind? Ja, und so Daten, die eben für uns interessant sein können, kann eigentlich fast alles sein. Das können zum Beispiel Gespräche sein oder auch Testergebnisse und Aufzeichnungen aller Art. Zum Beispiel Logindaten, wie Teilnehmerinnen und Schüler sich in Lernmanagementsystemen bewegen oder auch wie oft auf Videos zugegriffen wird. Es können auch einfach Texte sein oder auch Fotos, Bilder, Videoquellen, die Sie finden und die für Sie nutzbar sind. Es können beispielsweise Gritzeleien sein, die Sie auf der Bank finden. Und im besten Falle, was für Sie zumindest die Datenerhebung sehr einfach macht, können es auch vorhandene Datensätze sein, die von anderen Forschern erstellt wurden und die Sie für eine weitere Auswertung, eine sogenannte Sekundäranalyse, verwenden. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich jetzt zu diesen Daten? Was kann ich dazu tun, sie zu erheben? Manchmal ist es ganz einfach. Manchmal sind die Daten quasi schon da, beispielsweise Zeitungsartikel und ich muss sie einfach für mich sammeln und aufbereiten, dass ich sie auswerten kann. Typischerweise sind aber zwei Verfahren zu unterscheiden bei der Datenerhebung. Das ist die Befragung und die Beobachtung. Natürlich gibt es auch hier Kombinationen in bestimmten Forschungszugängen, aber die Befragung und die Beobachtung sind doch in der Regel die beiden Zugänge, mit der man am meisten erklären kann und die am meisten abdecken. Und deshalb möchte ich im Folgenden bei der Datenerhebung zum einen Befragungsverfahren vorstellen und auch Beobachtungsverfahren. Dabei ist interessant, dass Befragungen sehr häufig reaktiv sind. Das heißt, die Befragten reagieren eben auf eine Frage. Beobachtungen müssen nicht non-reaktiv sein, aber sind sehr häufig eben so, dass der Teilnehmerin an einer Untersuchung gar nicht merkt, dass er untersucht wird und auch gar nicht reagiert auf eine spezifische Frage, sondern einfach das macht, was er oder sie eh immer machen. Im Folgenden möchte ich Ihnen einfach Formen der Befragung vorstellen und ich habe es so aufgebaut, dass ich immer typische Unterschiede bei der Kategorisierung von Befragungsformen vorstelle. So lassen sich Beispiel bei den Formen der Befragung mündliche Verfahren von den schriftlichen Verfahren unterscheiden. Mündliche Verfahren ist beispielsweise in einem Interview, bei dem Sie direkt Ihrem Partner gegenüber sitzen, bei dem Sie am Telefon sprechen oder eben auch bei einer Videokonferenzschaltung miteinander verbunden sind. Schriftliche Verfahren sind typischerweise gedruckte Fragebogen bzw. in unserem Forschungsbereich immer häufiger Online-Fragebögen. Eine weitere typische Unterscheidung bei der Form der Befragung ist, ob diese Befragung standardisiert, also nach festgelegten Regeln vorgeht oder ob sie sehr offen gestaltet ist. Bei dem standardisierten Verfahren ist das Verfahren sehr klar reglementiert. Es gibt wenig Möglichkeiten, davon abzuweichen. Das zeichnet sich vor allem in sogenannten geschlossenen Frageformaten aus. Also es gibt Möglichkeiten, aus Antwortoptionen zu wählen, aber es gibt keine Möglichkeit, offen darauf zu reagieren. Hier sehen Sie beispielsweise eine typische Frage für einen standardisierten Fragebogen. Ihr Beziehungsstatus ist, bitte kreuzen Sie an, ledig verheiratet geschieden. Es gibt keine weiteren Möglichkeiten, hier etwas auszuholen und wahrscheinlich auch kein größeres Interesse. In einer offenen Befragung, bei der dieser Befragung, dieser Beziehungsstatus aber vielleicht eine gewisse Bedeutung hat, wäre eine entsprechende Formulierung für eine Frage, die man dem Teilnehmenden stellt, bitte beschreiben Sie Ihren Beziehungsstatus. Hier in dieser schriftlichen Befragung gibt es ein paar Zeilen Spielraum und bei der mündlichen Befragung kann es auch durchaus sein, dass diese eine Frage das ganze Interview ausmacht. Ja, bei manchen gibt es ja wirklich nur sehr wenig zu erzählen, aber oft kann man sich hier auch ganz lange Geschichten erwarten. Dann lässt sich unterscheiden, ob Sie nur eine einzelne Person oder einzelne Person für sich alleine befragen oder ob Sie gleich mit einer ganzen Gruppe sprechen. In der Regel sind es eben Settings, wo Sie gemeinsam an einem Tisch sitzen. Ein Beispiel für ein Gespräch in einer Gruppe ist das sogenannte Fokusgruppeninterview. Jetzt stellen Sie sich wahrscheinlich zu Recht die Frage, warum sollte ich gleich mit vielen sprechen, die würden sich ja beeinflussen. Und gerade das ist eben die Zielsetzung von diesem Verfahren oder von Verfahren, die mit einer ganzen Gruppe sprechen. Man möchte eben herausbekommen oder nutzen, dass die Personen sich eben gegenseitig beeinflussen und zum Beispiel zu einem Konsens kommen müssen, zu einer Gruppenentscheidung, die vielleicht schwieriger ist, wenn man es mit Hilfe von Fragebögen macht, die einzelne Person alleine bekommen. Und natürlich hat die Befragung, bei der man sich einzelne Personen vorknüpft, den Vorteil, dass diese nicht beeinflusst werden können von anderen, da sie ja quasi in der Regel alleine im Raum sitzen sollten oder alleine da sind und nicht mitbekommen, was andere antworten. Mittel der Befragung, die eingesetzt werden, sind zum Beispiel gedruckte Fragebögen, sind natürlich auch Online-Befragungstools, das sind Aufzeichnungsgeräte, bei denen aufgenommen wird, wer was gesagt wird, Videokameras beispielsweise. Hier habe ich Ihnen noch drei Beispiele mitgebracht aus dem Gebiet des technologiegeschützten Lernens, wie Befragungen eingesetzt werden können. Beispielsweise ließe sich befragen, und zwar Gastschüler in diesem Fall, inwieweit ihre Social-Media-Aktivitäten sich auf die Integration in ihrem Gastland auswirkt, ob es beispielsweise eher hinderlich ist, dass sie noch sehr engen Kontakt zu den Personen und Freunden in ihrem Herkunftsland haben oder ob Social-Media-Aktivitäten eben dazu führen, dass sie sich viel stärker und einfacher auf ihr Gastland und auf die Leute dort einlassen können. Es wäre hier sinnvoll, ein problemzentriertes Interview durchzuführen, also zu diesem Thema einige Fragen im Vorfeld sich auszudenken und hier relativ offen zu bleiben, was denn da für Antworten kommen können, um hier möglichst viele Eindrücke sammeln zu können. Das zweite Beispiel wäre, falls Sie wissen wollen, ob es ein Weiterbildungsbedarf für Religionslehrerinnen in ihrer Religion gibt, könnten Sie natürlich alle einzeln befragen. Sie könnten aber ein Fokusgruppeninterview durchführen mit der Idee, dass Sie eben mehrere Religionslehrerinnen zusammenrufen und Vorschläge einholen oder Bedürfnisse formulieren lassen von Ihnen und die wiederum gleich in der Gruppe diskutieren lassen. Mit der Idee, dass sich vielleicht Dinge hier genannt bekommen oder auch Ideen entwickelt werden, die für Sie interessant sind, um Ihr Weiterbildungsangebot zu verbessern. Und dann könnte man natürlich auch, wenn man einfach mal wissen möchte, wie gut können meine Studierenden eigentlich kopfrechnen, vor allem wenn Sie den Verdacht haben, dass es hier stetig nachlässt und Sie vielleicht sogar Mathematiklehrer ausbilden, könnten Sie durchaus auch einfach mal einen Online-Mathetest durchführen oder diesen auch wiederholt durchführen. Auch das ist eine Form der Befragung. Soweit die Befragungsmöglichkeiten. Jetzt kommen wir zu Formen der Beobachtung, also zum zweiten großen Zugang, wie man Daten erheben kann in unserem Themengebiet oder auch in den Sozialwissenschaften allgemein. Und auch hier werde ich wieder typische Unterscheidungspaare aufgreifen und eben verschiedene Formen der Beobachtung skizzieren. Bei den Formen der Beobachtung gilt, gibt es zunächst die teilnehmende und die nicht teilnehmende Beobachtung zu unterscheiden. Bei vielen Settings in unserem Themengebiet sind die Forscher gar nicht teilnehmend, weil sie beispielsweise nur die Daten verwenden, die bei einem Computer gesammelt werden oder die bei der Verwendung einer App anfallen oder die beim Verhalten in einem Lernmanagementsystem gesammelt werden. Also hier fällt den Teilnehmern an einer Untersuchung gar nicht auf, dass sie Teil einer Studie sind, weil sie sich auch ganz natürlich verhalten und auch niemand sehen oder als Beobachter erleben. Und dann gibt es aber viele Settings, wo es einfach notwendig ist, dass der Beobachter zum Beispiel in einer Präsenzveranstaltung da ist und daran auch teilnimmt. In einer großen Massenveranstaltung kann es sein, dass so ein Beobachter vielleicht gar nicht auffällt, in einem Klassenzimmersetting ist es dann doch wohl sehr ungewöhnlich, wenn da noch eine fremde Person auf einmal drin sitzt, die eben auch dann Einfluss nimmt auf das Geschehen indirekt, wenn sie einfach neu und fremd im Raum ist. Und die bei der Befragung auch, können auch bei der Beobachtung sowohl standardisierte Verfahren zum Einsatz kommen als auch offene Verfahren. Bei standardisierten Verfahren machen sie in der Regel Strichlisten, wie oft ein Verhalten auftaucht oder skizzieren anhand von Vorgaben, was ein bestimmtes Verhalten ist. Standardisierte Beobachtungen finden beispielsweise bei Lehrern statt, die im Klassenbuch eintragen, wer da ist, welcher Schüler krank ist oder auch welche Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Und dann gibt es natürlich auch offene Beobachtungsformen, wo bei der Auswertung auch noch relativ viel Offenheit da vorherrscht, was eigentlich genau angeschaut werden sollte. Beispielsweise wäre eine solche Beobachtungsform einfach die Aufnahme eines Videomaterials, weil noch gar nicht ganz klar ist bei der Beobachtung, inwieweit dann oder auf was dann wirklich Wert gelegt wird bei der Auswertung. Bei der Beobachtung kann ähnlich wie beim Fragebogen quasi etwas Gedrucktes, ein hilfreiches Mittel sein, ein Beobachtungsschema beispielsweise, bei dem einige Dinge vorgegeben werden. Kameras spielen eine große Rolle, wenn es darum geht, das geschehen in Klassenzimmern oder auf der Straße festzuhalten, Reaktionen zu fixieren, gerade wenn man gar nicht alles sieht auf einmal als Beobachter. Und dann gibt es natürlich auch Tracker, die einfach beschreiben und Daten sammeln, wie sich Teilnehmerinnen verhalten im Lernmanagementsystem, in bestimmten spezifischen Apps etc. Und auch hier habe ich Ihnen wieder drei Beispiele mitgebracht, wie Verfahren der Beobachtung eingesetzt werden können in unserem Themenfeld. Beispielsweise könnte ausgewertet werden oder beobachtet werden, wie Logins verlaufen und auch was angeklickt wird in einer virtuellen Lernumgebung, um herauszubekommen, welche typischen Pfade und Wege Lernerinnen gehen, wenn sie beispielsweise noch sehr neu sind in einer Lernumgebung. Dann könnte auch ein Interesse sein, eine Inhaltsanalyse zu machen von Online-Diskussionen. Hier wird also einfach geschaut, was irgendwo im Web passiert und diese Daten werden dann beobachtet, ohne dass man sich quasi als Beobachter unbedingt outen muss oder auch keine Fragen stellen muss an die Teilnehmerin der Diskussion. Und ein einfaches Beobachtungsbeispiel ist auch, wenn man sehr simple Zahlen hat, beispielsweise die registrierten Teilnehmerinnen an einem sogenannten MOOC, also einem offenen Online-Kurs, und sich dann auch anschaut, wie viele zum Schluss den Kurs abschließen. Diese Dropout-Zahlen kann man eben auch sammeln und später auswerten. Bei der Datenerhebung gibt es verschiedene Erhebungsvarianten, die dann auch oft spezifische Bezeichnungen haben, die ich Ihnen im Folgenden vorstellen möchte. Gerade wenn Sie eine Entwicklung untersuchen möchten, werden in der Regel Erhebungen zu mindestens zwei Zeitpunkten durchgeführt. Beispielsweise ist es der Fall, wenn Sie untersuchen wollen, wie sich eine spezifische Kompetenz über einen gewissen Zeitraum entwickelt. Es gibt einen ersten Zeitpunkt und eben einen zweiten Zeitpunkt und sehr häufig liegt dazwischen eine Intervention. Dann kann man Erhebungen auch darin unterscheiden, ob es eben bei mehreren Zeitpunkten die gleichen Personen sind, die untersucht werden. Das wäre eben sehr wichtig, wenn man spezifisch deren Entwicklung untersuchen möchte. Man spricht ja auch von sogenannten Panel-Untersuchungen. Es werden also die gleichen Personen zu zwei Zeitpunkten befragt. Man erfährt zum Beispiel, was Sie alles können und tun, wenn Sie zehn Jahre alt sind und was aus diesen Personen geworden ist, wenn Sie 20 Jahre alt sind. Dann gibt es aber auch gute Gründe, unterschiedliche Personen zu befragen. Beispielsweise, wenn Sie befragen wollen, was gerade die Lebenswelt eines Erstsemestrigen ausmacht. Was beschäftigt ihn oder sie? Und hier werden einfach unterschiedliche Personen befragt, weil es ja auch immer Unterschiede gibt, wer gerade sein Studium bekommen hat. Aber das kann eben auch ein Interessent, eine Erkenntnisidee sein. Dann lässt sich auch unterscheiden, ob man eine kleine Stichprobe nimmt, also nur eine kleine Auswahl aus einer ganz großen Gruppe oder ob man eine Vollerhebung durchführt. Vollerhebungen müssen nicht immer mal Erhebungen sein, die ein ganzes Land quasi betreffen, sondern es kann auch für die von innen gewählte Zielgruppe eine Vollerhebung sein. Wenn Sie beispielsweise eine Aussage über Ihre Schulklasse machen möchten, machen Sie eine Vollerhebung, wenn Sie alle Schülerinnen und Schüler befragen oder einen Test durchführen lassen. Und dann eine weitere Variante kann sein, dass Sie die gleiche Datenerhebung unter unterschiedlichen Bedingungen machen. Ein typisches Beispiel ist hier das Experiment. Das schaut so aus, dass Sie versuchen, in einem ganz strengen und gleichen Setting zum Beispiel eine Befragung durchführen, um dann in einem zweiten Setting nur eine ganz kleine Variante, die Sie eben untersuchen möchten, verändern und ansonsten alles gleich lassen. Diese Variante könnte beispielsweise sein, dass den Untersuchungsteilnehmern ein Kaffee angeboten wird. Und man könnte dann untersuchen, inwieweit der Kaffee sich auswirkt auf möglicherweise unterschiedliche Testergebnisse. Jetzt ging es eben sehr lange schon um die Formen der Datenerhebung. Und ich möchte jetzt zu den Formen der Auswertung kommen, die typischerweise eingesetzt werden. Aber auch hier werde ich sehr allgemein bleiben müssen. Und ich mache es auch hier wieder ähnlich. Ich werde immer in der Regel Wortpaare nennen, die das typischerweise verschiedene Formen der Auswertung beschreiben. Jetzt zunächst ist hier die Unterscheidung von quantitativen und qualitativen Auswertungsverfahren zu treffen. Eigentlich wird damit nicht ein spezifisches Auswertungsverfahren bezeichnet, sondern ein Forschungszugang. Ob ich mich etwas eben eher zählend und messend im quantitativen Kontext nähern möchte oder ob ich eher verstehend und auf Qualitäten bedacht mich einem Forschungsgebiet nähern möchte. Das wäre der qualitative Zugang. Bezogen auf die Auswertung spricht man von quantitativen Zugängen, wenn vor allem gezählt und gemessen wird, also wenn wirklich Ziffern, also Zahlen dastehen am Ende einer Arbeit und von qualitativen Zugängen spricht man dann, wenn eben nicht die Absicht besteht, das auf eine einzelne Zahl oder mehrere Zahlen zu reduzieren, sondern wirklich die Qualität des Untersuchungsgebiets oder der Ergebnisse darzustellen. Hier sehen Sie ein typisches Beispiel für eine quantitative Auswertung oder Bewertung der Mathematikkenntnisse in einer Schulklasse. Hier werden Notendurchschnitt berechnet oder auch Standardabweichungen, also die Streuung der Note. Und bei einer qualitativen Auswertung wird es eher darum gehen, zu beschreiben, vor allem in Texten und Worten, inwieweit es nun die Mathematikkenntnisse der Klasse bestellt ist. Dabei ist natürlich wichtig, dass sich diese Form der Auswertung, natürlich, dass sie nur möglich ist, auch in Abhängigkeit steht, zu der Form der Datenerhebung. Sie können keine qualitative Auswertung von Zahlen und Quantitäten machen und auch umgekehrt ist es nicht möglich. Aber es gibt eben auch hier diese beiden Auswertungsformen zu unterscheiden. Bei beiden der Forschungszugänge, also beim quantitativen Zugang und auch beim qualitativen Zugang, kann man folgende beiden Formen unterscheiden. Zum einen gibt es Hypothesenüberprüfende Auswertungsformate, bei denen überprüft wird, ob eine spezifische Hypothese und Aussage zutrifft. Oder es gibt auch Verfahren, bei denen überprüft wird oder bei denen versucht wird, Hypothesen zu einem neuartigen Gebiet zu formulieren. Typische Fragestellungen sehen Sie hier eingeblendet. Wenn Sie bei der Auswertung statistische Verfahren verwenden, werden Verfahren der Inferenzstatistik genutzt, um Hypothesen zu überprüfen. Wenn Sie explorativ vorgehen möchten mit Hilfe der Statistik, verwenden Sie Ansätze und Verfahren, die Sie unter dem Stichwort Learning Analytics oder auch Educational Data Mining kennenlernen können. Eine spezifische Form der Auswertung ist, wenn Vergleiche gezogen werden, beispielsweise zu einem ersten und einem zweiten Messzeitpunkt oder Hebungszeitpunkt oder zwischen zwei Gruppen. Diese Gruppen A und B können zum Beispiel Mädchen und Burschen sein. Wenn ein statistisches Verfahren angewendet wird, könnten beispielsweise hier Mittelwerte verglichen werden, Durchschnittsnoten oder auch die Schuhgröße zwischen zwei Gruppen. Oder im Verlauf einer Zeit. Und dann können eben auch spezifische Verfahren angewendet werden, mit denen versucht wird, zu bestimmen, ob diese Unterschiede bedeutsam sind. Dann spricht man eben auch von diesen oft zitierten statistischen Signifikanzen. Verfahren, die hier eingesetzt werden, sind beispielsweise, wenn es darum geht, zu überprüfen, ob Mittelwertsunterschiede bedeutsam sind, der T-Test. Bei einem eher qualitativen Zugang würde eben beschrieben werden, wie sich hier zwei Gruppen unterscheiden, die einen Arbeitsauftrag bekommen und versuchen, diesen komplexen Arbeitsauftrag in der Gruppe zu lösen. Eine weitere Form der Auswertung ist es, wenn es mithilfe der Auswertung festgestellt werden soll, ob es Zusammenhänge gibt. Also es kann zum einen sein, dass man Zusammenhänge sucht oder auch, dass man davon ausgeht, dass es Zusammenhänge gibt und diese eben überprüfen möchte. Wenn, dann Aussagen wären das Ziel einer solchen Auswertung. Häufig werden in der Statistik hier zwei Variablen versucht und verglichen, inwieweit diese beiden Variablen zusammenhängen. Wenn Sie sich hier vorstellen, dass auf der y-Achse, der Achse nach oben dargestellt wird, welche Mathematiknote eine Person hat und auf der rechten Achse, der x-Achse dargestellt wird, welche Physiknote die Person hat, können Sie sich wahrscheinlich auch schon ausmalen, was diese Art des Zusammenhangs darstellt. Es ist zu vermuten, dass ein positiver Zusammenhang herrscht. Die Daten befinden sich alle auf einer Gerade. Und solche einfacheren statistischen Zusammenhänge lassen sich typischerweise mit einer Korrelationsanalyse untersuchen, weil man eben nicht für alle Datenpaare, die es so gibt, schnell eine Grafik erstellen kann, bei denen dieser Zusammenhang in der Regel sehr deutlich zu sehen ist. Dann kann die Zielsetzung der Auswertung sein, auch Muster zu erkennen. Die Muster können auch Typen sein oder auch Kategorien. Ich habe es jetzt hier an einem etwas schrägen Beispiel gemacht. Ich habe hier, wenn Sie mit einem Text arbeiten, eine Inhaltsanalyse machen, werden Sie nicht typischerweise ein Gedicht haben, sondern beispielsweise die Aufzeichnung eines Gesprächs. Aber wie diese Art von Mustererkennung in der Gedichtsanalyse funktionieren könnte, sehr vereinfacht, wäre beispielsweise hier an dem Gedicht von Ringelnaht, sieht man sehr schön, wenn man sich die Reime hinten anschaut, dass es hier offensichtlich nach dem Reimschema A, A, B, B, C, C vorgegangen wird. Und diese Art von Muster zu erkennen oder auch erst mal Kategorien sich auszudenken, wie man Texte und deren Inhalte begründet und auswertet, kann eben Zielsetzung eines Auswertungsverfahrens sein. Die Inhaltsanalyse nach Meiring ist ein solches Verfahren, das sehr häufig in unserem Kontext eingesetzt wird, bei dem er beschreibt, wie man quasi auf Grundlage eines Textes Kategorien bilden kann, ihn strukturieren kann, sortieren kann, um überhaupt quasi dadurch erst zu einem Auswertungssthema zu kommen. Es gibt aber viele weitere Auswertungsverfahren, die hier inhaltsanalytisch arbeiten. Und auch mit statistischen Daten möchte man natürlich Muster erkennen und Zusammenhänge erkennen und in diesem Fall sieht man beispielsweise bei der Verteilung der Daten, dass es hier so Klumpen gibt in der Darstellung. Es gibt hier einige Häufungen und Verfahren wie die Clusteranalyse könnten hier weiterhelfen, solche Anhäufungen von Daten zu finden, die man nutzen kann, um beispielsweise die Typen zu beschreiben oder auch Muster zu beschreiben von Datensätzen. Ja, und hier sehen Sie, wie beispielsweise auch eine Typenbeschreibung ausschauen könnte, die auf einem eher qualitativen Zugang beruht hat, bei der beispielsweise durch eine Textanalyse von Interviews versucht wird, herauszubekommen, welche unterschiedlichen Typen von Männern es gibt. Zwei habe ich hier herausgegriffen. Ich bin hier natürlich super Stereotyp vorgegangen und das entspricht natürlich keiner wissenschaftlichen Grundlage. Und natürlich gibt es auch noch viele weitere Typen, unabhängig davon. Abschließend möchte ich diesen Überblick über Datenerhebungs- und Auswertungsverfahren im Bereich des technologiegestützten Lernens mit Hinweisen auf Fehler, die spezifisch bei diesen Erhebungs- und Auswertungsverfahren erfolgen könnten. Und hier gibt es eine ganze Reihe und diese Liste ist leider nicht vollständig und soll einfach nur eine Anregung geben, wie Sie vielleicht schon bei der Konstruktion Ihrer Erhebung Fehler vermeiden können. Gleichzeitig sind das auch alles hier Stichpunkte, die Ihnen helfen können, zu bewerten, inwieweit Ihre eigene Untersuchung hier vielleicht diskussionswürdig ist oder auch Fehler hat. Also wenn Fehler passieren, das ist ja keine Katastrophe. Sie sollten dann quasi auch nur ausreichend gewürdigt werden und auch genannt werden, ohne die eigene Arbeit grundsätzlich in Frage zu stellen. Bei der Erhebung können natürlich einfach Irrtümer passieren. Also man sieht bei einer Beobachtung etwas, was vielleicht gar nicht so war. Dann gerade bei Untersuchungen, bei Effekten von spezifischen Unternehmungen, beispielsweise didaktischen Settings, muss man natürlich aufpassen, dass es auch Einflüsse gibt, die vielleicht gar nicht aufgenommen wurden. Wenn es bei einem Test beispielsweise sehr laut war, wird es bestimmt zu Veränderungen und den Noten kommen. Und auch der Tod eines Mitschülers kann so ein Kriterium sein, dass das Abschneiden einer Klasse bei einer Befragung oder Beobachtung deutlich beeinflussen könnte, was aber eben gleichzeitig nicht systematisch erfasst wird durch die Befragung oder Beobachtung selbst. Ein wichtiger und gerade bei unserem Bereich bedeutsamer Effekt ist, dass sich durch das Bewusstsein Teil einer Untersuchung zu sein, sich die Ergebnisse der Untersuchung beeinflussen können. Häufig ist es ein positiver Einfluss im Sinne von, dass es Spaß macht, ernst genommen zu werden und man beispielsweise sich dann viel aktiver im Unterricht einbringt, wenn man merkt, dass man gerade Teil einer Untersuchung ist. Dann haben auch die Untersucher selbst natürlich Auswirkungen auf das Setting, ist mir der Untersucher, den ich zum Beispiel im Gespräch als Interviewer kennen, lehre sympathisch, kann es Auswirkungen haben auf den Gesprächsverlauf und auch über die Dinge, die ich sage. Dann auch bedeutsam ist, oft werden ja bei uns Online-Tests durchgeführt oder Online-Befragungen und da muss man schon kritisch hinterfragen, ob nicht sehr oft auch einfach durch das Setting an sich, also durch das Instrument, andere Dinge abgefragt werden oder eine große Bedeutsamkeit bekommen, konkret eben, ob die Computerkenntnisse an sich nicht da auch deutlich die Ergebnisse beeinflussen können oder Unsicherheiten, die eben entstehen können, wenn man eine App nicht ordentlich bedienen kann, mit der man eigentlich eine Befragung durchführen sollte. Ja, soviel zu diesem ersten Teil. Ja und der zweite Teil beinhaltet eben Fehler bei der Auswertung und da möchte ich einfach darauf aufmerksam machen, dass es wahnsinnig häufig zu reinen Übertragungsfehler kommt und dass man das auch nicht unterschätzen darf, wie viele Fehler hier passieren, wenn Sie beispielsweise die Ergebnisse von einem Fragebogen abtippen in Ihrem Computer, in Ihre Tabellenverarbeitung oder Ähnliches übertragen. Es ist hier zu empfehlen, dass Sie einfach alles zweimal machen beispielsweise und in Unstimmigkeit in Ihren Datensätzen dann eben nochmal kontrollieren. Natürlich kann es auch zu einfachen Rechnenfehlern kommen oder Auswertungsfehlern bei der Auswertung. Und bei der Konstruktion der Untersuchung kann es auch dazu kommen, dass man einige Variablen sehr viel Bedeutung zuspricht, die sehr auf verschiedene Arten und Weise zum Beispiel abgefragt werden, obwohl sie eigentlich effektiv eher bedeutungslos sind. Also die Variablen bekommen quasi durch ihre starke Betonung im Setting eine große Bedeutung, ohne dass sie wirklich effektiv da sind. Neben diesen Fehlern bei der Erhebung und bei der Auswertung gibt es natürlich auch eine Reihe von Fehlern, die typischerweise bei der Interpretation der Forschungsergebnisse erfolgen können, die sind aber nicht Teil von dieser Einheit.